Geschätzte Zuseherinnen und Zuseher, ich verwende normalerweise keine Zuschriften von Bürgerinnen und Bürgern, wenn ich hier rauskomme und vor Ihnen spreche, aber ich möchte das heute machen, weil es geht um das Bild der Familien, über das wir dann auch diskutieren. Ich war ja wegen dem Familienhärteausgleich mit vielen Familien im persönlichen Austausch und habe da ein E-Mail jetzt in den letzten Tagen bekommen, der betreffend war, uns geht die Luft aus und der Text, ich lasse die Einleitung weg, ist dann, nach einer kurzen Besserung der Situation, bin ich nun ein drittes Mal in Kurzarbeit. Auch mein Nebenjob, den ich mir im Sommer suchen musste, ist nun vom zweiten Lockdown betroffen. Es wird immer schwieriger, über die Runden zu kommen, wir sparen bereits an den Lebensmitteln. Das ist die Situation, wie es Familien heute geht, in verschiedensten Bereichen. Und wenn man sich die Einkommen anschaut, befinden sich knapp 75 Prozent der Familieneinkommen zwischen 1.250 oder unter 2.250 Euro bis 3.700 Euro als Familie. Das sind zwei Erwachsene und im Durchschnitt 1,6 Kinder. Und diese Familien, die sind ja nicht von Haus aus immer wirtschaftlich angeschlagen gewesen, sondern die sind in eine Situation gekommen, die für alle überraschend war und die ja ganz normal ihre Lebenserhaltungskosten haben. Die haben den Kredit zurückzuzahlen, die haben die Leasingrate fürs Auto zu bezahlen, die haben vielleicht etwas für die Schule zu bezahlen. Und als ich dieses E-Mail gelesen habe und das Budget für 2021 gesehen habe, habe ich mich gefragt, hilft dieses Budget, das Sie uns für 2021 vorlegen, den Menschen, die uns heute als Abgeordnete solche E-Mails schreiben. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, dass das nicht der Fall ist. Es ist nicht der Fall, weil Sie einerseits diesen ganz konkreten Familien, die das Problem haben, die jetzt beginnen, im zweiten Lockdown mit den Lebensmitteln zu sparen und die Frage ist, wo Sie dann im dritten Lockdown sparen müssen, hilft es diesen Familien, wenn sie pauschal über die gesamte Bevölkerung Einmalzahlungen ausschütten, die Hunderte von Millionen Euro kosten. Ich bin zutiefst davon überzeugt, es hilft diesen Familien nicht ausreichend. Andere brauchen es vielleicht nicht und wären aus Solidarität auch dazu geneigt, darauf zu verzichten. Die zweite Frage ist aber, haben wir dann ausreichend Mittel genau für diese Familien wiederum, die jetzt gerade betroffen sind? Nein, weil da ist es wiederum so, dass man ja aufgrund der anderen Maßnahmen wiederum nicht ausreichend Geld in die Hand nehmen kann. Und da komme ich schon zu einem ersten Punkt, Frau Ministerin Aschbacher. Es fehlt eine gezielte Maßnahme für die Familien, die jetzt im zweiten Lockdown wirklich nicht mehr können. Da ist zu wenig Information da, da ist zu wenig Förderung da. Sie haben einen Familienhärteausgleich für drei Monate vorgesehen. Da kann man quasi diesen Betrag, der einem fehlt in der Kurzarbeit, hereinholen wieder. Aber wenn Sie zwei oder drei Lockdowns machen, wenn Sie über Monate auch Unternehmen zusperren, dann reichen drei Monate nicht aus. Die Maßnahmen, die Sie heute als Werkzeug präsentieren, sind jene, die Sie sich im April überlegt haben. Und das ist deutlich zu wenig. Und wenn man auf die Krise im Allgemeinen schaut, dann wird es nicht leichter. Familienberatung stellen, die jetzt in dieser Krise definitiv mehr Arbeit haben als in einer Zeit ohne Pandemie, wo Kinder und auch Erwachsene mit unter 24 Stunden am Tag zu Hause sind und in emotionale Konflikte mitunter auch kommen oder hineingezogen werden. Die sagen von selbst, dass sie in einem Nicht-Krisenjahr 15 Millionen Euro brauchen. Sie haben als Ministerin im Mai versprochen, dass sie sich dafür einsetzen werden, dass diese 15 Millionen Euro kommen. Sie sind nicht gekommen. Sie sind 12,5 Millionen Euro gelandet. Das heißt, nicht einmal das Geld, das Familienberatungsstellen bräuchten für ein Nicht-Krisenjahr, bekommen sie im Jahr 2021. Auch wenn jetzt Online-Mehrberatung stattfindet, reicht das einfach nicht aus. Wenn Sie darüber sprechen, dass die Schulen ja offen sind und wenn ich jetzt über diese Familien nachdenke, die wieder erneut kämpfen, dann ist es nicht hilfreich, wenn die am Montag in der Früh nicht wissen, ist am Dienstag jetzt die Schule ganz offen, ganz zu, wird das Kind unterrichtet, ist es besser für das Kind, damit es vielleicht auch eine wirklich starke Zukunft hat, dass ich es zu Hause lasse oder ist es besser, dass ich es in die Schule bringe, wo es gerne auch seine Schulfreundinnen und Freunde sind. Die Eltern konnten das am Dienstag in der Früh nicht beantworten. Das liegt natürlich beim Minister Faßmann jetzt rein in der Kompetenz. Aber Sie als Familienministerin müssten da jeden Tag in der Früh aufstehen und massiv dafür werben, dass es eine klare Antwort gibt, dass die Kinder, egal ob sie jetzt in die Schule gebracht werden für die Betreuung oder zu Hause sind, immer die beste Bildung bekommen. Und es hilft auch nichts, wenn Sie zugleich jenen Leistungsregeln und Trägern, die auch im Lockdown weiter für uns arbeiten, in der Pflege und im Einzelhandel, die aus Ost- und Südosteuropa kommen, weiterhin die Indexierung der Familienleistungen vor Augen führen. Wir müssen eine andere Sprache finden, wie wir mit Familien umgehen und wir brauchen 2021 ein Krisenbudget, das denen Menschen, die die Krise am stärksten spüren, auch tatsächlich hilft.